Hallo Freunde, mein Name ist Famulus und dies ist der Neustart der Videoserie Frag Famulus. Falls du dich näher dafür interessierst, wie ich in dieser Videoserie meine Fragen auswähle, dann pausiere jetzt dieses Video, guck unten in das Kommentarfeld, dort habe ich dir alles Relevante reingeschrieben. Wir starten nämlich direkt mit der ersten Frage. Diese Frage habe ich von Alex per Mail bekommen und zusammengefasst beinhaltet die Frage, was ist eigentlich das optimale Makronährstoffverhältnis? Hier muss ich gleich vorab enttäuschen, sowas wie das optimale Makronährstoffverhältnis gibt es nicht. Aber warum ist das so? Bevor wir uns den wissenschaftlichen Standpunkt anschauen, müssen wir uns die Störfaktoren in der Praxis anschauen. Zum einen gibt es da die Vorlieben der Menschen. Das heißt zum einen mag ich lieber das Süße, zum Beispiel die Obstschale, oder lieber das Herzhafte, zum Beispiel eine Packung Nüsse. Jeder Mensch hat andere Vorlieben, das wissen wir. Und hinzu kommt noch die individuelle Verträglichkeit. Ja, die Verträglichkeit. Angenommen, ich plane jemandem in einem Ernährungsplan zu jeder Mahlzeit 100 Gramm Haferflocken hinzuzunehmen. Weiß ich denn, dass diese Person überhaupt diese Haferflocken verträgt? Zusätzlich zu diesen Verdauungsbeschwerden, die potenziell auftreten können, können auch noch Unverträglichkeiten oder und oder Lebensmittelallergien hinzukommen. Vielleicht leidet diese Person zufällig an Zöliakie und muss deshalb Getreide unbedingt vermeiden. Oder die Person ist stark Laktoseintolerant und ich kann ihr nicht einfach 2 Kilogramm Milchprodukte auftischen, weil es dann zu üblen Nebenerscheinungen kommt. Denn letztendlich ist das, was wir zu uns nehmen, dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Also für unser Wohlbefinden. Und letzten Endes entscheidet ja auch das Wohlbefinden über die sportliche Performance, die wir leisten und die Leistung, die wir halt abrufen können. Und jetzt stellt euch mal vor, ich sage jemandem pauschal, ja, und isst jeden Tag eine Handvoll Nüsse, denn Nüsse sind ja bekanntlich gesund. Und mit der Nussallergie muss ich ja wohl gar nicht erst ankommen, oder? Als dritten und für mich, besonders für mich, da ich auch betroffen bin, sehr essentiellen Störfaktor erachte ich auch noch Vorerkrankungen. Das können beispielsweise Darmerkrankungen sein, chronische Darmentzündungen oder die Rheumatoide Arthritis oder in meinem Fall meine Krankheit der Typ 1 Diabetes. Bei den chronischen Darmentzündungen kann es beispielsweise sein, dass die Person nicht alles, was ich hier auftische, unbedingt verträgt. Bei der Rheumatoiden Arthritis kann es beispielsweise sein, dass die Person eventuell es lieber mag, wenn die Ernährung langfristig entzündungshemmend ist, weil sonst die Schmerzen unerträglich werden. Und bei meinem Typ 1 Diabetes ist es so, dass ich schon sehr gerne darauf achte, dass mein Blutzucker stabil bleibt. Denn stabiler Blutzucker bedeutet auch irgendwo gesteigertes Wohlbefinden, verbesserte Regeneration, besserer Schlaf und damit letzten Endes auch wesentlich bessere Performance beim Kraftsport, einfach weil alle Faktoren gestimmt haben. In der Praxis könnte das beispielsweise so aussehen, dass ich bestimmte Kohlenhydrate vermeide, kurzkettige beispielsweise, die beim Kraftsport eigentlich relativ üblich sind, vor allem weil sie leicht verdaulich sind, schnell ins Blut gehen, schnell den Muskelaufbau-Effekt fördern. Ja, aber schlecht für meinen Blutzuckerbeeren. Anderes Beispiel, leidet wer von euch unter Verdauungsbeschwerden? Allergiesymptomen, psychische Störungen, schlechten Blutfettwerten, erhöhten Entzündungswerten oder Krebs. Akne? Ich will nicht zu sehr ausschweifen, sondern einfach nur den kleinen Hint geben, dass Ernährung durchaus therapeutischen Nutzen haben kann, auch wenn in vielen, vielen Fällen tatsächlich die wissenschaftliche Evidenz bis heute noch fehlt. Gut, genug der Praxis der Störfaktoren, wollen wir uns doch einmal anschauen, was die Sport- und Ernährungswissenschaft eigentlich zu diesem Standpunkt sagt. In der Wissenschaft ist man sich relativ einig und das Ganze kann man sich als vierstufige Leiter vorstellen. Zum einen auf der höchsten Ebene steht die Kalorienbilanz. Die Kalorien sind der erste und wichtigste Punkt, denn nur derjenige, der auch genug Energie dem Körper zur Verfügung stellt, kann auch entsprechend diese Energie abrufen. Direkt an den Kalorien anschließend ist der zweite Punkt, der Eiweißbedarf. Zu den drei Makronährstoffen, Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten, habe ich bereits vor einigen Jahren Videos erstellt und die verlinke ich dann entsprechend oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Kurz nochmal zur Erinnerung, das Wort Proteine, was ja nichts anderes ist als Eiweiß, kommt vom griechischen Wort Protos und heißt so viel wie Erster oder Vorrangiger. Wer von euch das verlinkte Video angeschaut hat, weiß auch warum. Denn Eiweiße sind Grundbaustein für viele, viele, eigentlich alle, Zellen, Gewebe und ganze Organsysteme. Das heißt, um die optimale Performance beim Sport zu erzielen, müssen wir entsprechend genug Eiweiß für alle Organe und entsprechend auch für unsere arbeitende Muskulatur zur Verfügung stellen, gegebenenfalls sogar, damit sie wächst. Okay, und wenn wir genug Eiweiß gedeckt haben, was kommt dann? Was ist die zweite Stelle? Genau, es sind die Fette. Nicht die Kohlenhydrate, denn die Fette sind Grundbaustein für viele Stoffe, die im Nachhinein im Körper synthetisiert werden. Kurzes Beispiel, Steroid-Hormone. Beispielsweise das Testosteron, das wir im Körper produzieren. Der Ausgangsstoff ist eigentlich nichts anderes als ein Fett, nämlich das Cholesterin. Und Cholesterin, nur mal so nebenbei, hat zu Unrecht in den letzten Jahrzehnten einen sehr schlechten Ruf bekommen. Und erst, wenn wir den Tagesbedarf an Eiweißen zum einen und an Fetten zum anderen gedeckt haben, dann können wir uns mit dem Rest der übrig gebliebenen Kalorien kümmern und sie füllen mit den Kohlenhydraten. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum sollte ich den Rest jetzt mit Kohlenhydraten füllen? Ich könnte doch auch mehr Eiweiße oder mehr Fette ballern. Allerdings hat das tatsächlich seinen Grund. Wenn du meine vierteilige Videoserie zum Energiestoffwechsel gesehen hast, dann weißt du, dass wir sowas wie ein Glykogenspeicher sowohl in der Leber, weiter unten, als auch in der Muskulatur, im Bizeps, in der Beinmuskulatur usw. zur Verfügung stehen haben. Und das ist letzten Endes unser primärer Energielieferant, um ATP herzustellen. Wie gesagt, die vierteilige Videoserie zum Energiestoffwechsel dringend anschauen, wenn du das noch nicht verstanden hast. Also, um pro Zeiteinheit maximale Energie abrufen zu können, bietet es sich an, den verbleibenden Energiebedarf maximal mit Kohlenhydraten aufzufüllen. Ja, ich weiß. Es gibt Sportler auf der Gegenseite, die polarisieren mit, hey Leute, es gibt da diese ketogene Ernährung, die ist überlegen gegenüber einer Kohlenhydratreichen, wegen Pipapo. Allerdings muss man sich die Elite-Sportler anschauen. Und damit meine ich nicht einen einzigen, sondern den Großteil aller Elite-Sportler. Und man wird feststellen, und auch in ganz vielen Untersuchungen, dass die kohlenhydratreiche Ernährung dann doch überlegen ist. Doch welche gesundheitlichen Auswirkungen eine so kohlenhydratreiche Mast dann tatsächlich auch langfristig hat, das steht hier gar nicht zur Debatte. Denn uns geht es hier nur um die sportliche Performance. In diesem Sinne halten wir fest, das wichtigste Kalorien, danach die Eiweiße, danach die Fette, das Minimum anfetten, für entsprechende Grundbaustoffe, und dann den Rest mit Kohlenhydrat füllen. So fahren tatsächlich die meisten sehr gut und erbringen maximale Performance. Okay, gut. Eine kleine Frage kriegen wir noch hin. Alan Amin fragt, wo warst du all die Jahre? Da bin ich. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum Ende. Ich freue mich schon auf deine Fragen, auf deine Diskussion und auf deine Anregung. Unten in das Kommentarfeld rein. Da drüben kannst du eines meiner neuen Videos anschauen. Da kannst du mich abonnieren. Und gerne darfst du mir auf Instagram folgen, mich auf Facebook liken, für weitere regelmäßige kommende Updates. Selbstverständlich kannst du mir dort auch die Fragen stellen. Dein Famuless.